Lineare Ungleichungssysteme haben als Lösung eine Fläche im Koordinatensystem, welche auch Planungspolygon genannt wird. In diesem Video schauen wir uns an einem Beispiel an, wie man so ein Planungspolygon zeichnet und wie man die Eckpunkte davon bestimmt. Wir haben hier ein Ungleichungssystem, bei dem wir die Lösungsmenge und die Eckpunkte davon bestimmen sollen. Beginnen wir mit dem Planungspolygon. Die erste Ungleichung sagt, dass x größer oder gleich 0 sein soll, also ist die y-Achse die erste Randgerade. Dann die zweite Ungleichung sagt, dass y größer oder gleich 0 sein soll, also ist die x-Achse die zweite Randgerade. Bei der dritten Ungleichung steht, dass y größer oder gleich 0,5-Achse x – 2 ist, also schneidet die Randgerade die y-Achse bei –2 und hat eine Steigung von 0,5. Die Randgerade der vierten Ungleichung hat eine Steigung von –1 und einen y-Achsenabschnitt von 5. Die Lösungsmenge befindet sich im ersten Quadranten oberhalb der dritten und unterhalb der vierten Randgeraden. Die Schnittpunkte bezeichnen wir mit den Buchstaben a bis d im Gegenuhrzeiger. Bestimmen wir nun die Koordinaten der Schnittpunkte. Der Punkt a ist der Schnittpunkt der Koordinatenachsen, also hat er die Koordinaten 0 zu 0. Der Punkt b liegt auf der x-Achse, also ist sein y-Wert 0. Wir setzen diesen Wert in die Gleichung der Randgeraden 3 ein und erhalten die Gleichung 0 gleich 0,5x – 2. Wir addieren 2, multiplizieren mit 2 und erhalten für x den Wert 4. Also hat der Punkt b die Koordinaten 4 zu 0. Der Punkt c liegt auf der dritten und vierten Randgeraden, also setzen wir diese beiden Gleichungen gleich. Wir erhalten die Gleichung 0,5x – 2 ist gleich –x – plus 5. Wir addieren ein x und 2, damit alle x alleine auf einer Seite der Gleichung stehen. Geteilt durch 1,5 erhalten wir für x den Wert 4,6 unendlich. Diesen Wert können wir in die Gleichung 4 einsetzen und erhalten für y den Wert 1,3. Somit hat der Punkt c die Koordinaten 4,6 unendlich zu 0,3 unendlich. Der letzte Punkt liegt auf der y-Achse, also hat x den Wert 0. Weiter liegt d auf der Randgeraden 4, also setzen wir diesen Wert in die Gleichung 4 ein und erhalten für y den Wert 5. Also hat der Punkt d die Koordinaten 0 zu 5. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.